Willkommen bei Kripsen. Willkommen auf Requiem. Episode 2, Kapitel 3. Hexor. Fortress. Marinstrupp Hexor ist eingekesselt und benötigt Unterstützung durch Spartans. Ziele, die Marines retten. Retten Marines! Oh Gott, Qualitätseingbruch. Quert, bitte checke doch dein Headset. Spartan Clare wird in Verbindung gestört. Voll wieder gestört, oh my god, oh my god, oh my god. Ich kann es nicht mehr verstehen. Alter, Himmel. Voll die besoffene Liete. Infinity, Hexor, stehen von allen Seiten unter Beschuss. Na und der Chilter trotzdem so voll. Scheiße, mir würde sogar ne Evakuierung reichen. Durchhalten, Hexor. Verstärkung ist gleich da. Ist ja wirklich so, die machen irgendwie nichts. Die Elite sucht auch so ziehlos nach den Typen. Keine Ahnung mehr, wo die sind. Ist es eine von uns, retten Sie seinen Arsch. Ist es ein Ali, machen Sie ihn kalt. Wie geil was, wenn Sie sich so ganz im Vorstand wieder einfach so rumstehen. Und dann siehst du, denkst du, oh Jungs, ich habe mir wieder keinen Bock, hör heute auf allen. So, ich stehe zu euch. Nee, auch nicht. Ja, lass'n Ghost, lass'n Ghost. Scheiße, ja. Ich habe ihn unter Beschuss. Aua. Da müsste gleich hin sein. Ja, ich habe ihn. Hinter euch. Oh, ein Jäger. Wir sind die Marines. Ich werde immer die Jäger benutzen. Ich brauche heute der Stütz übernägen. Ich brauche heute der Stütz übernägen. Gute Arbeit, Crimson. Hexor, ich stelle sie vor. Da sind Jäger. Ja. Ähm. Nur Shit, Sherlock. Äh. An unserem Spawn-Wahn habe ich nicht gehört, dass du das schon gesagt hast. Ungespaß. Nein. Ja, das ist klug. Ich habe eine Shotgun. Wenn die den drückt. Oh, Gott. Pff. Scheiße. Nehmt meine Shotgun. Oh, mein Gott. Hexor. Ey, ich hab sie. Danke. Töte nicht den... Uh, das ist ein Marine. Hallo, Marine. Ich bin zurück an die Spawn und hol' mir lieber zu. Ich habe ein neues Waffenlager gefunden. Wir sind gerettet. Oh, doch. Du bist gerettetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Spawnen! Be-perfec-clone! SPACH DIE AUS! Er hat sniped mich aus der Luft hinaus! Was ist euer Handwerk?! Kann ich mal spawnen, kann ich mal zittert aus dem Fuß dieses Illumi-Bin? Meine Bazooka... Ah, der chillt hier immer noch! Kacksam bleiben! Boah, mit der AR so voll... Boah, krass, krass, krass! Rave, Jungs, Rave! Oh, Rave! Ich hab eine Bazooka, ich kümmere mich darum! Da hinten ist ein... Phantom! Da hinten ist grad einfach was hochgegangen! Lenk den Phantom ab! Nein, ich treffe ihn nicht! Ich hasse es, Raves mit einer Bazooka zu treffen! Das funktioniert einfach nicht! Da schon wieder! Das war schon in ODS-T-Zone! Oh Gott! Ey, ich hab den Race gestartet! Elite! Elite! Psycho, hilf mir! Hier ist ein Ghost! Der gehört mir! Der gehört mir! Gar nicht! Bree, nimm meine Bazooka! Wo ist der Mech? Ich will die jetzt nicht alle umfahren! Oh Gott, geht die weg! Das ist nämlich ein Overkill! Boah, scheiße! Da kommen nur Eliten aus der Kette! Wo ist denn jeder? Ich seh' nicht! Oh Gott! Schwert Elite! Die sich verpisst vor mir, weil sie sieht, dass ich eine Shotgun habe! Ach ne, die laufen glaube ich nach oben! Ne, tun sie nicht! Doch! Ich glaub, sie überfahren! Sehr schön! Na fuck! Ich hol sie mir! Ich hol sie mir! Psycho, klären wir doch mal kurz, warum ich gesagt habe! Ich beschleunige! Und du! Ja! Genau deswegen habe ich... Ach egal! Genau deswegen sollten wir zum Playstation wechseln! Vielleicht hatten die nicht so viel zu zählen! Das Marine! Ihr Flieger ist unterwegs! Dieser Marine! Vor allen Dingen ist das keine Ausrede, dass ich das verzögert habe! Ich glaube nicht, dass die Elite meinen Erkennungstag über dem Kopf hat! Alright, Spartan Lady! Ja und? Ich hätte sie ja nur so weit überfahren, dass ich dich gar nicht getroffen hätte! Wir müssen hier auf den Turm hoch! Das ist echt unpraktisch mit dem Ghost! Das ist echt unpraktisch! Oh Gott, Hilfe! Oh man, sie setzen ab! Aufmunitionieren! Aufmunitionieren! Oh, mir ist ein Trimmertal auf den Kopf gefallen! Echt jetzt? Ja, bro! Ich bin aber für die nacht gestorben! Ja, sehr schön! Neuer Spartan Laser, der mir weggenommen wurde! Ne, ich hab einen! Und das wollte ich gerade nicht! Das waren schon alle echt jetzt! Ja, das waren... Also, als ich alleine gespielt habe auf Legendär, war das nicht eine ganz lange Zeit, die ich da ummachen musste! Oh Gott! Wir mussten eine Klu-Reiche, zwei oder drei von denen zerstören! Ein Paradebeispiel für das Verteilen von Arschtritten, Crimson! Das wären alle! Crimson, auf zum Abzugspunkt! Keiner wird zurückgelassen! 20 Gamer-Score! Keiner wird zurückgelassen! 20 Gamer-Score! Was hab ich denn damals? 20 Spartan-Score! 20 Spartan-Score! So, ohne einen, ähm... Marine zu verlieren, glaube ich, ist halt damals nicht geschafft! Ich war ja auch alleine! Mindestens einen Marine gerettet! Einen? Okay, dann hatte ich keine Marine mehr! Knapp daneben ist auch vorbei!